ja meine leute ja hier ist es so wie trostlos bei uns guck mal so viele schöne sachen die wir für euch haben fahrräder helme alles und guck mal ist da hinten denn was hängst denn auch das bergermont helix 3 bergermont kommt aus hamburg 24 kettenschaltung hydraulische scheibenbremsen alles drum und dran feder gabel alu rahmen mega crossrad eigentlich super schick mit dem neongelb und schwarz gehalten ja gerade in luft drauf gemacht da ja gerade zu ist kontrollieren alle fahrräder ein bisschen putzen bisschen aufpumpen umräumen das bergermont kostet 549 euro unschlagbar oder halt